hallo liebe freunde und willkommen wieder zu Underquad und wir machen natürlich mit der Staffel Rallye weiter. Wir machen jetzt mal Underquad Modus weg. Na ja, wir versuchen natürlich unser Glück. Ja, damit wir nämlich ein bisschen vorankommen. Schöner Golf. Warte mal, wie ging denn das jetzt genau? Kann ich denn nach hinten gucken? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wir führen natürlich. Aber auch nur wirklich knapp, denn unser Golf ist ja natürlich etwas schwächer. Immer dieser Querverkehr. Genau. Ah ja, hier gab es ja eine Abkürzung. Schlecht verpasst, aber na ja. Weg, weg! Ha, wir haben ihn sogar noch abgeschossen. Na komm, du mal her. Von wegen einfach mal wegfahren. So ist das aber nicht. Und der Dodge ist ein bisschen besser aufgetunt. Oh, unser Kollege hat aber auch ein schnelles Auto. So. Deswegen nehmen wir einmal die totale Abkürzung. So. Und das war ja mal einfach. Das Spoiler. Und ein bisschen Upgrade. Und wir könnten... Ah, hier fahren sie anscheinend erstmal auf Bronze. Obwohl. Obwohl. Oh, das ist kein Turnier. Oh, halt, warte. Warte, 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 warte. Das ist ein Turnier, ne? Das ist schlecht. Das ist schlecht. Turnier ist schon mal schlecht. in drei runden drei rennen drei rennen dann kombiniert ja ich bin gerade am überlegen ob wir das vielleicht erstmal nochmal weglassen hohe runden ko müssen wir auch noch machen silber da werden gegner schwerer ne ich bin am überlegen bin am überlegen das sind überlegungen ja entscheidungen überlegung entscheidung was soll man immer als erstes machen klasse nächste frage gute frage dann wollen wir doch mal rund ko machen und mal ein paar gegner rausschmeißen ganz genau denn wir haben heute auch noch was besseres vor wo verkehr und ich glaube wir müssen unser auto mal wieder etwas tunen tunen oh das geht schon mal dringend ach tun wir nicht die strecke schon mal dringend so sieht es bei EA auch aus ha klasse scherz ja ich weiß so das das Oh! Einer hält mit! Einer hält mit! Einer hält mit! Wieso hängen eigentlich Pfeile Richtung Abwasserkanal? EA, was habt ihr dafür? Sehe ich jetzt erst. Vorsicht bei EA, ihr werdet auch ab und zu mal in Abwasserkanäle reingeleitet. Tja. Und das sieht doch schon mal sehr schön aus. Da! Pfeile! Na 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 na! Nicht jeden Fall sollte man folgen, ne? Und vorbei! Sehr schön! Da haben wir auch bald die Anfänger-Serie vorbei. Ich versuche sie jetzt so langsam mal fähig zu bekommen. Wir müssen ja auch eh mal mal aufsteigen. Also wie gesagt, ähm, das ist sauberer, sauberer Turnier, ne? Ja, wir verabschieden uns erstmal und wir sehen uns bald wieder! Ja. Ja.